Gut, das war's. Mehr lachen. Genau, so ist das Lachen sofort. Und Schultern ein bisschen mehr zurück. Und lachen. Und Haar aus dem Gesicht. Und lachen. Okay, jetzt machen wir mal präsentieren. Präsentieren. Wer steht jetzt so nach unten, dann mach ich nach oben, so oder ja. Das weiß ich nicht, da machen wir jetzt alles prüfen, weil wer kommt und wissen, wo was du präsentierst. In jedem Fall muss es so wissen, muss es willkommen heißend sein, weil das im Schaufenster stehen wird und dann unten reinkommt und dann musst du es auf jeden Fall einladen geben. Also es ist so, wie steht was, das kommt. Genau, auf jeden Fall was freundlich zeigt. Also, das können wir ja auch wichtig sehen. Genau. Und, äh, genau, Hüttelfeln raus und lachen. Und dann, mach mal die Hände auf unterschiedliche Höhe. Und lachen. Also lachen geht schon mal jetzt, ab jetzt für immer. Und die Haare ist hier auch genau. Mehr lachen. Hüfte. Füße näher zusammen. Stellen wir die Füße richtig nebeneinander. Noch richtig nebeneinander. Ja, genau. Und jetzt in die Hüfte gehen. So. 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 Mach einfach nur so. Einfach nur so. So. Genau. Also zur anderen Seite. Also das. Genau. Füße zusammen. Und so schultern eher nach vorne. Und dann. Das ist ja die eine Kasse. Ja. Das ist ja die eine Kasse.